Mal ganz etwas anderes, ich habe das noch nie erlebt. Und sehr, sehr heiss gewesen und auch ein interessantes Mal zu sehen. Besonders cool habe ich das dazwischen und vorher gefunden, weil man hier zusammenkommt mit Athleten und Athletinnen, die man sonst nie sieht, auch von anderen Disziplinen, zusammensst und lustig hat und sich austauscht. Das ist recht spannend.